Gut, dann haben wir jetzt meinen Wunsch-Pokémon gefangen. Es gibt noch ein Pokémon, das ich gern haben will. Aber, ähm, das wird uns schon zwangsläufig mal über den Weg laufen. Ich glaub, das gibt's hier sogar relativ häufig. Das weiß ich bloß nicht, hab ich das aufgeschrieben? Ähm. Der Dodocopter. Winter. Ähm. Das kann ich mir eigentlich auch fangen. Na, das bleibt sofort drin. Sehr schön. Dodo wurde gefangen. So. Dodo, der Dodo-Vogel. Ähm, dieses Pokémon blablabla Tempo beim Laufen. Und zwar... Jetzt bin ich hier richtig, ähm, gut dabei bei den Spitzenamen. True. Der True Rushed wollte ja ein Dodo sein. Oh, mich passt das auch. Na, wo hab ich das Haar? Trusht. Ah, verflixt. Ein Paras. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass die Klänge von Paras, Mew, Parasek und Mewtwo relativ ähnlich klingen. Carbon. Was war Carbon noch einmal? Schön, dass wir damals auch wirklich so viele... ...initiative, dass wir auch... Entschuldigung. Dass wir auch so viele Beschreibungen hatten. Was kann denn dieses Item? Das musst du selbst herausfinden, mein Freund. Oder googeln. Nein, das war nur eine blöde TM. Die versperrt mir nur Platz in meinem Inventar. Ein wildes Parasek. Oh nein, wir werden alle sterben. Ein Nidorino. Hm, nicht wirklich. Auch wenn es ein gutes Level hat. Na, vielleicht finden wir ja doch noch das Pokémon, das ich haben will. Darum liegt aber auch noch was. Top-Trank. Ich möchte ein Pokémon finden. Danke. Top-Genesung. Ah, vielleicht jetzt. Nö. Das ist es nicht. Das ist nicht das Pokémon, das ich gerne haben möchte. Danke. Na, vielleicht jetzt? Nein. Ich weiß noch, wenn ich das ganze Zeug hier offscreen gemacht hätte, dann wäre mir das Viech um die Ohren geflogen, bis zum Gegner hin. Und jetzt auf einmal, wo ich es haben will, kommt es nie wieder. Was heißt nie wieder? Ich habe es noch nicht einmal gefunden, aber mein Gott, hier gab es, glaube ich, Pinsir, ne? Nee, hier gibt es erstmal Nidorino. Aber hier gab es, glaube ich, auch entweder Pinsir oder Sichlor. Nur versuch es, so ein Viech mal zu fangen. Ich schweige denn zu finden. Hier in diesem Eck gab es Charnera, das weiß ich noch. Hier waren die am häufigsten, wenn sie denn kamen. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, oh wei, das sage ich auch immer, wenn ich... Ja, ich lasse es. Ja, ich werde es niemals fangen. Das Viech ist so extrem selten und vor allem so schwer zu fangen. Weil es einfach nicht drangeht. Dann kriegst du halt den Stein an den Kopf. Flieht 100 pro. Oder auch nicht. Ich krieg das Viech nicht in meinen Pokéball. Kannst du vergessen, du kriegst das Viech einfach nicht in den Pokéball rein. Ich hab keine Ahnung, was die sich damals dabei gedacht haben. Ich mein, Charnera ist groß. Wie soll man ein großes Pokémon bitte verfehlen? Was ist TM40? Ich glaub, das war auch Rollung. Leute, erklärt mir es. Wie kann man das Charnera verfehlen? Es ist nicht schnell. Schädelwumme. Nee, danke. Das ist so ärgerlich einfach nur. Protein, das ist Angriff. Glaube ich zumindest. Den Angriff rückt... Ja. Glurak gesteigert. Nö, also wenn ihr da nur Erklärung für habt, dann erklärt mir das bitte. Ich hab keine Ahnung, wie so ein Viech einfach ausweichen kann. Es entzieht sich mir jeglicher Logik. Aber mit Logik hat Pokémon sowieso noch nie aufglänzen können. Na gut. Lassen wir es dabei. Und... Verlassen. Goldzähne. Genau danach hab ich gesucht. Die Goldzähne braucht ihr, sonst bekommt ihr eine bestimmte VM nicht. Und ohne diese VM könnt ihr eigentlich direkt vergessen, dass ihr später mal weiterkommt. Und das passt auf. Was haben wir hier? 32. Doppelteam. Den Schaman kannst du eigentlich direkt in die Tonne treten. Da kriegt man glaube ich nur 500 für. So. Guten Tag. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch. Du hast gewonnen. VM 03. VM 03 ist der Surfer. Land ein Pokémon, die zur Technik dann kann, es dich übers Wasser tragen. Das Beste ist aber, dass du sie vor allem benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Nein, ich bin einfach nur niemand, der in die Safari-Zone geht, die hinten an dem Typen steht. Ich glaube, so war es nämlich. Dann das Item nicht tragen kann und sich dann denkt... Ja, mei. Blöd gelaufen. Oh, will ich dir Surfer beibringen? Nein, ich glaube nicht. Gut, wir lassen uns einfach gleich rauswerfen. Ich versuche jetzt nochmal das Pokémon zu finden und dann lassen wir es einfach rauswerfen. Dann... Ich glaube, ich möchte... ...meinen Dratini da noch andere Attacken beibringen. Nein, ich glaube, bei Steve war das so. Er stand vor dem Typen, hatte den Beutel voll und dachte sich dann so auf die Art, ähm... Fuck yourself, ich brauche dein dummes Item nicht. Er ist rausgegangen und hat dann nach dem Surfer gesucht. Ich glaube, so war das. Irgendwie so, er hat auf jeden Fall den Surfer erstmal nicht... Ja, also geht doch, Rihorn. Schönen Dank auch. Weh, du fliechst. Ich hasse dich. Nein, keine Ahnung, wie das bei Steve war. Ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Auf jeden Fall hat er nach dem Surfer gesucht, obwohl er, glaube ich, schon... Na, verflickst! Die Zeit ist um. Ich will aber nochmal nach... Ich will da nochmal rein. Ich gehe da jetzt nochmal rein. So. Ich möchte ein Rihorn. Nein, kein Blutzumpf. Wobei, O-Mod war cool. Aber nein, ich möchte kein Blutzuck. Ich möchte ein Rihorn. Das gibt es auch hier. Aber... Dafür muss ich es erstmal finden. So ein Rihorn ist eigentlich so ein richtig fett, großes Pokémon. Aber man müsste es halt erstmal finden, ne? Na, also. Sehr schön. Na, also. Geht doch. So. Rihorn, Stachler. Was der Knochenbau dieses Pokémon ist, tausendmal härter als der eines Menschen. Äh, ja. Und zwar nenne ich dich, ähm... Ähm, 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 ähm... Schorsch. Schorsch. Das ist jetzt der Schorsch. Gut. Ich habe keinen Bock mehr auf die Safari-Zone. Kann ich hier... Oder halt mal. Ein Oeweil. Ein Oeweil. Ne. Wenn ich hier noch irgendwas Gutes finde, dann... Ist super. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Parasek. Hm. Na, Parasek? Ne. Na gut. Ich lasse es gut sein. Da. Na. Blutzuck. Vielleicht fange ich dich ja. Blutzuck. In den Ball. Und bleib drin. Na. Blutzuck. Blutzuck. Na, also. Geht doch. Wunderprächtig. Ja, wunderprächtig. So. Blutzuck. Das Insekt. Dieses Pokémon lebt im Schatten großer Bäume. Es frisst Insekten und wird von Licht angezogen. Mal eben ganz kurz gucken. Ja. Ich gucke eben mal ganz kurz. Blutzuck. 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 sie man ja theoretisch gesehen jetzt hier sagen hey hast du keine lust mehr nein habe ich nicht mehr nicht ja aber gut bei der beides nehmen erik wo ist sarah ich wollte mich hier mit ihr treffen lappen fleckmann ein freundliches aber sehr alarmist pokémon so kriegen wir übrigens auch ein paar pokédex einträge zumindest ebenso überflächlich ich werde es mit ratini und meinem riechern so machen dass ich das dass ich beide offscreen trainieren werde ein bisschen bestimmtes level haben und zwar ich glaube beide auf 30 wenn sich ratini nicht vorher entwickelt da werde ich noch mal nachgucken was sich ratini entwickelt da werde ich aufhören mit ratini aber schorsch das wird sich erst mal ewig lang nicht entwickeln von daher kann ich schorsch eigentlich auf 30 bringen wo ist denn schorsch da ist schorsch guten tag hornattacke das ist nicht gerade das was ich erwartet habe aber kannst du denn den schaufel erlernen ja das kannst du kannst du ich habe in erinnerung dass ich mal gesehen habe dass irgendein ritzer ross surfer konnte aber irgendwie kann das ich weiß es nicht mehr egal gut ich würde sagen wir schauen uns jetzt noch die arena an da brauche ich blöde schorsch und rako nicht dazu so hier brauche ich nämlich nur mein wunderbares simsala und matumbo was mache ich denn matumbo und simsala die beiden brauche ich hier guten tag ich möchte bestellen kannst du gegen meine spezialtechnik bestehen das werden wir sehen und ich fand es immer klasse dass ich als kind gemeint habe dass die leute hier keine haare haben und traumatisch wusste es du kleiner spasti simsala auch die hübslam besser kann der kampf nicht anfangen hast du das denn hier für spezialtechnik mein freund kadabra gegen kadabra und ich habe gar keine kadabra ich habe simsala super ich war gäste es immer wieder gut nee also kadabra sind hier in der arena eigentlich schon mehr als overpowered aber simsala ist dann nochmal eine ecke stärker so du hast mich wieder reingelegt ja habe ich der erfolg hängt nicht von der stärke deiner pokémon ab es kommt auf die strategie an intelligenzamt sinkt über raue kraft jetzt würde ich dir gerne noch mal die frage stellen würdest du mir das auch erzählen wenn ich hier mit einem rizzeros level 100 ankommen würde das dich mit bodyslam back bodyslam hypno du bist gift und psycho das heißt ich könnte theoretisch gesehen mal die psychokinese probieren war ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krank ja ich glaube es hatte den gift typ in der ersten generation noch nicht bin mir nicht sicher warum ist seine psychokinese ah volltreffer tut wenn ich ein hypno fangen würde ich würde es tadeos nennen und ich glaube es ist ganz offensichtlich warum ja wegen dem großen kopf richtig genau deswegen sehr schön was außerordentlich so wupp und nochmal weil es so schön war wupp 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 ja auf dem gameboy ist es hier ein bisschen schwieriger zu sehen mit den wänden aber wir sind ja nicht blöd ich möchte später einmal ein ninja werden ja komm ja komm schmeiß die fahne runter chris wupp was machst du jetzt ist ja eigentlich eine gift arena das ist gut sein das ist gut sein wuppa wupp 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 und den schlitzer ich habe verloren und nach meister koga und er weist mich in der kunst des ninja kampfes der einsatz von pokémon ist eine sehr alte ninja tradition na klar ihr werft euch die pokébälle anstatt wurfst du an den kopf ja du siehst aus wie so ninja bin ich mal ganz ehrlich na endlich das erste gift pokémon die kann ich one hitten kann ich einfach nur so dermaßen wollen hitten na also das zweite pokémon ist level 40 erreicht sandama haben moment da könnte ich jetzt mal theoretisch gesehenもし versuchen versuchen vielleicht Das könnte funktionieren. Nee. Kommt, Razzini. Ich bin gespannt. Kacke. Ja, es war leider klar. Tut mir leid, aber so brauche ich Razzini noch nicht trainieren. So, blödel Schorsch. Alter, wie siehst denn du aus? Da haben die sich wirklich nicht mit rumbegossen. Naja, egal. Dann eben der blödel Schorsch. Alter, der schafft es wirklich noch, meinen Schorsch zu besiegen. Komm, das können wir nochmal. Oh, oh. Blödel Schorsch, Angriff. Na, immerhin. Ich probier's. Ich weiß, dass ich sterben werde, aber ich probier's. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein, das ist nicht dein Arzt. Nein. Blödel Schorsch. Du Depp. Er hat blöde, blödel Schorsch. Das wär's eigentlich auch so gewesen. Aber nein, er vergiftet mich. Oh nein. Ja, ouch. Du Depp. Du Depp. Du Depp. Du Depp. Du Depp. Du Depp.